Einmal frei geht. Oh, ein Fehlerpunkt. Einmal frei. Ja, wieder so. Ja, alle Asch. Also noch einmal so, alle Aschfeuern bitte. Hopp, hopp, hopp. Aber er teilt sich Kraft hier, er weiß, wie das geht. Jetzt legen wir mal wieder da rum geht. Gut. Ja, ganz langsam geht. Einmal frei geht. Bis jetzt hat er einen Fehlerpunkt und in der Zeit ist nicht schlecht, so wird das sein. Jetzt legen wir mal. Das ist damit das schwierigste. Das sieht zwar einfach aus, aber das ist nicht ganz so einfach. Ja, jetzt macht er den Gang aus. Und irgendwas besser geht. Schauen wir mal. Ja, rein. Und noch einmal. Und jetzt auf, los. Auf. Jetzt hat er den Gang wieder hingemacht. Jetzt nochmal. Jetzt hat er wegen den Achteil. Der ist ziemlich groß. Aber einmal frei geht. Meinmal schön geht. Einmal frei. Jetzt noch einmal rum rum. So, jetzt der Nagel wieder hau. Halt, 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 halt. Halt, halt. 26, 43. 26. 46.